Was? Diese News betrifft über 40 Millionen Bürger aus Deutschland. Wieder was Negatives? Nein, nein. Olaf Scholz hat erkündigt, dass die Mehrwertsteuer auf Gas von 19% auf 7% sinkt. Und die Hälfte aller deutschen Haushalte heizen mit Gas. Wow. Wenigstens ein Schritt in Richtung Entlastung bei den Gaspreisen, die uns noch treffen werden. Aber hätte die Region nicht komplett auf die Mehrwertsteuer verzichten können? Müssten die daran verdienen? Ja, wollte sie ursprünglich, aber die EU-Kommission lehnt es ab. Und wie lange soll das halten? Für immer? Bis Ende März 2024, also für den Zeitraum der Gasumlage. Danke für die Info. Warum weißt du das immer so schnell? Ganz einfach, ich folge Teaching Finance.